Hier haben wir den Skywalk, da haben wir jetzt gerade gesessen, am Sonntag getessen. Jetzt sehen wir einmal das Schiff von der Seite, die Aida Bremer. Hier kann man dann direkt drunter schauen. Dann mal ein wenig springen. Christinchen, mal ein bisschen springen. Das ist ein wenig springen. Das ist ein wenig springen. Das ist ein wenig springen.